Ich werte noch mein Gear ein bisschen auf Briss Motten, du Sau Briss Motten Ich hab mich gerade saumiert Och man, nee, ich hab schon wieder keinen Bock Motten, 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 Friss Motten Digga, wie hieß das? Derjenige, der sich Peacher im Teamspeak nennt Briss Motten, du Sau Lol Bezweifel, dass das Peachy war Ich hab, nehm dich doch mal Gott Habt ihr keinen, der hier Passwort ist, Alter? Wenn ihr mal mit TS spielen wollt, warum habt ihr denn kein Passwort, Alter, im TS? Das würdet ihr doch mal reinmachen, ne? Weil die Leute hier sowieso... Alles gut, ich hab den gemoved Weil ich dachte, das ist ja Peachy, weil der Peachy heißt Aber es ist wohl irgendein random Idiot Ja, Peachy hat nen anderen Namen Ja, für dich nicht relevant Heißt sie